BTN, Lutz Schweigl enthüllt die Frau an seiner Seite. Berlin, Tag und Nacht Star Lutz Schweigl überrascht mit einem Foto auf Instagram. Seit der Trennung von seiner Ex-Freundin Claudia, die als Kompassin in der RTL 2 Daily Berlin, Tag und Nacht, BTN, arbeite, ist Joe-Dasteller Lutz Schweigl, 48, wieder Solo. Von der Trennung berichtete er seinen Fans Ende 2019. Man habe sich auseinander entwickelt, erklärte er damals gegenüber Bild. Seither ist wie neuerdings auch seine BTN-Serien Roger wieder auf Solo-Pfaden unterwegs. Er nutzt die Zeit vor allem, um sich wieder fit zu machen. Wie er seinen Fans jüngst auf Instagram berichtete, sind bereits 10 Kilo unten. BTN, Lutz Schweigl zeigt sich mit seiner Mutter. Auf Instagram zeigt der Soapstar jetzt die Frau, die an seiner Seite ist, und immer war. Dabei handelt es sich nicht um eine Liebschaft, sondern um seine Mutter. Futtern bei Muttern schreibt er zu dem süßen Schnappschuss. Wir hoffen, es hat geschmeckt. Soapstar 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 Vielen Dank.